UNTERTITELUNG Ich glaube, es ist ein Mensch. Lauf, Pedro! Wie heißt du mein Sohn? Pedro, Onkel Schäfer. Wie ich höre, hast du etwas Böses getan? Davon musst du dich reinwaschen, verstehst du? Die Kolonien hat meine ganze Familie zerstört. In 20 Jahren habe ich nicht mehr gedacht, mein Freund. Wie ist es? Ich bin der Ordnung. Die Kolonien ist mir da. Ich möchte, dass du da bist und ich meinen Schäfer bringe mich. Du hast es richtig gemacht. Niemand muss das Böses. Die Kolonien hat meine ganze Familie zerstört. Ich wollte es vergessen. Ich bin ein Koffer, aber es wird nie mehr. Strafheitlung, Entführung und Kindesmissbrauch. Wo ist Paul Schäfer? Dr. Paul Schäfer ist meines Erachtens nach schon seit Monaten nicht mehr in der Kolonien. Zieht Schäfer noch da, auf die Metansien. Das ist deine Sauerei, Bernhard. Da kümmerst du dich drum. Leo. Dein Bruder. Wo ist Klaus? Er ist weg. Lara! Er ist weg. Wir sind zusammen, Néstor? Ich weiß nicht, bitte. Ein Mann leht sich gerade sehr weit aus dem Fenster. Wenn sich jemand mit Paul Schäfer anlegt, sollte er besser einen Ars im Ärmel haben. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Alle sind in Kolonia. Untertitelung des ZDF, 2020